Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum täglichen Cointrend. Wir haben heute einen schlechten Tag, wir haben einen verrückten Tag, wir haben einen ziemlich guten Tag. Warum? Gleich drei verschiedene Sachen, das werden wir uns natürlich gleich angucken. Anfangen möchte ich mit den guten Nachrichten vielleicht nicht. Ich hoffe niemand von euch ist betroffen, aber Bitconnect, und man sieht es hier sehr, sehr schön, hat heute bekannt gegeben, dass ihr Bitcoin Landing Scam erst mal gestoppt wird und was für mich eine sehr positive Nachricht ist, weil ich dann weiß, dass nicht noch mehr Leute in diese Falle reinlaufen können. Ich darüber sehr, sehr froh bin. Ich hoffe niemand von euch ist davon betroffen. Ich habe ein bisschen mehr dazu gesagt im Video, was heute auch kommt. Da geht es um die News von der Woche, die Lot immer zusammenstellt. Die habe ich in Videoform für euch ein bisschen erzählt. Da geht es dann ein bisschen mehr um Bitconnect und es wird nochmal noch mehr darum gehen, wenn ich die nächsten Tage ein Video dazu mache, was ihr beachten solltet, wenn ihr entscheiden wollt, wie viel ihr einem YouTuber oder einer anderen Person glauben solltet, die euch irgendwelche Tipps gibt und so weiter, was ihr da hinterfragen solltet und so weiter. Da mache ich noch ein explizites Video dazu, weil das ein sehr, sehr wichtiges Anliegen von mir ist. Aber erstmal kurz gesagt, Bitconnect hat heute gesagt, dass das Landing und so weiter nicht mehr passieren wird. Das heißt, niemand kann halt da mehr in diese Falle reinlaufen, sieht man dann im Kurs. Der ging dann doch etwas nach unten und ich hoffe, dass es jetzt so langsam dann aus der Sphäre verschwinden wird, auch wenn der ICO von denen noch weiterläuft. Das heißt, in dem Fall, da können noch einige tappen und wer weiß, wie lange sie das noch ein bisschen rausziehen wollen oder nochmal versuchen wollen, da Geld rauszuziehen. Ja, ich habe euch immer vor Bitcoin gewarnt. Ich habe euch immer vor Bitcoin gewarnt. Leider ist es jetzt auch Wahrheit geworden. Aber weg mit dem Scam und lasst uns ein bisschen über Bitcoin reden, weil Bitcoin hat es heute auch ziemlich stark getroffen. Auf dem Weg nach unten, wenn wir hier gucken, in der Spitze war es minus 23 Prozent von dem Video gestern. Und ihr seht ja die extreme Abwärtsbewegung hier. Das ging recht schnell, gab da eine kleine Konsolidierungsphase und dann ging es in die nächste Spitze. Jetzt haben wir wieder so eine Konsolidierungsphase und müssen dann gucken, wie es weitergeht. Wenn ihr den Abwärtstrend hier in dieser Linie seht, der ist aktuell noch nicht durchbrochen. Das heißt, wir sind hier noch weiterhin im Abwärtstrend und ich würde mir jetzt mal die Bänder noch mit dazu holen. Wie wir hier sehen, hier sieht es ein bisschen besser aus, weil wir uns in dem grünen Band bewegen. Deswegen bin ich gespannt. Für mich halt, wenn diese Trendlinie hier durchbrochen werden kann, gibt es auf jeden Fall erstmal eine ruhigere Phase. Aber insbesondere, wenn wir auf die großen Zeiteinheiten gucken. Ich habe jetzt hier den 12-Stunden-Chart und hier unten ist ja das Ziel, was ich schon länger hatte. Da werden wir dann sehen, ob wir da noch hinkommen. Was für mich jetzt sehr auffällig ist, wenn wir in die Indikatoren vom 12-Stunden-Chart gucken. Wir haben noch keine Divergenz im RSI. Wir haben noch keine Divergenz im stochastischen RSI. Das kann ich aber noch nicht ganz genau ablesen, weil der Tiefpunkt hier noch nicht gesetzt ist. Und wir haben keine Divergenz im CCI. Was für mich die Vermutung aufwirft, dass es hier wieder nach oben geht, aber dann noch eine Spitze setzen wird, die dann höher ist, hier in diesem Bild. Und wir dann eine Divergenz haben, um dann wieder den Kurs nach oben zu treiben. Und hier würde dann halt auch die Möglichkeit bestehen, dass wir in dieses Ziel kommen. Ich hatte ja gesagt, zwischen 14. und 22. ungefähr habe ich so als Timeline gegeben. Noch sind wir da auf dem Weg, sozusagen. Wir haben heute den 17. und hier ist ja auch noch ein bisschen Platz nach unten. Es gibt noch nicht die klaren Zeichen, dass das schon das Ende des Absturzes war, weil, ja, also man muss natürlich sagen, wenn man, gerade wenn man hier im 12-Stunden-Chart, das dreifache Bollinger-Band, ihr seht das hier an der roten Linie über Spann, also dass man über dieses Band drüber geht, dann sage ich euch ja immer, dann wird es eine Gegenreaktion geben und es geht erstmal wieder nach oben. Inwieweit die Reaktion ist, ist halt hier noch die Frage, weil die noch keine weiteren Indikatoren dafür sprechen. Und wir noch weiter uns im Abwärtskanal befinden. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch vorsichtig sein. Was mich auch negativ stimmt, ist, dass ich keine, ja, Panik-Tweets auf Twitter gesehen habe, dass ich keine wirklichen, ja, Bitcoin ist tot und so weiter. Erst wenn die Tweets wirklich kommen, dann sollte man eigentlich von dem Wendepunkt ausgehen. Das lässt mich also auch noch ein bisschen bärisch sein zu der Sache, aber man sollte jetzt nicht stur darauf gehen. Ganz einfach, weil man muss dann einfach seine Strategie anpassen, wenn jetzt zum Beispiel wir wieder in die oberen Bereiche hier reingehen, also wenn wir wirklich zum einen die Trendlinie brechen können und ganz besonders, wenn wir die Trendlinie hier brechen, die ja bei 13.300 ist, und da drüber gehen, hier den Widerstand 13.800, dann, ja, macht es einfach keinen Sinn, an diesen 8.000 festzuhalten. Da muss man dann einfach seine Strategie anpassen. Aktuell ist aber, wie gesagt, so die Indikatoren zeigen noch nicht darauf hin und es muss einfach noch weiter beobachtet werden. Trotzdem kann im kürzeren Zeitraum, da sehen wir das, kann sich eine kleine Erholung jetzt ankündigen. Hier im 1-Stunden-Chart sehen wir das ein bisschen im CCI zum Beispiel und im RSI genauso. Wie lange das hält, wissen wir noch nicht, weil das Sprichwort sagt immer, man soll nicht am Ende der Giraffe kaufen und ja, die Giraffe ist ja noch extrem am Fallen sogar. Es ist noch keine saubere Giraffe, also dass man hier den Hals hat und dann hier den Körper. Für mich, wie gesagt, diese Abwärtstrendlinie, das entscheidende Maß der Dinge erst mal und weitere Entwicklung muss einfach, wie gesagt, sich angeschaut werden. Das Ziel nach unten hin ist immer noch möglich und ja, dann sehen wir einfach, dann wissen wir einfach mehr. Mich persönlich stimmt die Korrektur positiv, weil Korrektur heißt immer, dass wir mehr Kraft schöpfen können, um nach oben zu gehen und deswegen sehe ich immer sowas als sehr positiv an, weil ansonsten haben wir es halt wie Ende des letzten Jahres, dann steigen wir von 5400 komplett bis 20.000 und dann muss halt so eine Korrektur, wie sie jetzt ist, kommen, was uns natürlich davon abhält, weiter zu steigen. Sobald das bereinigt ist und wir wieder nach oben gehen können, werden wir uns sicher alle drüber freuen. Da bin ich gespannt. Ich habe drei große Coins da, die, die ich auch ja, eigentlich vor kurzem mit dabei hatte. Wir haben zum einen Ethereum und Ethereum ist für mich sogar so, dass ich sage, also Ethereum hat nicht wirklich verloren. Jetzt, klar, die haben, wir gucken mal in die Prozentzahl in der Spitze, sagen wir 15% verloren, aber da hält sich Ethereum aktuell noch ziemlich gut. Ich hatte euch ja gesagt, ich würde hier auf diese Trendlinie hier unten gucken, von der sind wir noch ziemlich gut entfernt. Würde sich natürlich dann überlappen mit noch einem tieferen Punkt, das würde dann natürlich ganz gut treffen, wenn dann hier das nach unten auf die Trendlinie geht, würde das halt wieder mit dieser Theorie übereinstimmen, dass der Bitcoin noch mit nach unten geht. Aber für den Moment muss ich sagen, dass Ethereum einer der Coins einfach war, die sich am besten gehalten haben. Ihr wisst ja, die Altcoins verlieren alle immer. Und da war auch die Frage, dass der Firmenwert an sich sich ja nicht ändert, nur weil Bitcoin runtergeht. Das ist richtig, aber man muss immer betrachten zwischen den Leuten, die in die Technik investieren und man muss die Leute betrachten, die rein in den Kurs investieren. Und die, die in den Kurs investieren, die werden Panik bekommen. Die werden ihre Altcoins so schnell wie möglich versuchen abzugeben. Dadurch schnellt der Preis natürlich nach unten, um dann halt aus BTC rauszugehen und dann einen Dollar zu bekommen. Die Leute, die in die Technik investiert haben und zum Beispiel unser Lisk-Freund und von IOTA gibt es da sicher einige bei euch, die wissen einfach, oh mein Gott, das geht nach unten. Und die behalten trotzdem, weil sie in die Technik investiert haben und halt nicht in den Kurs. Aber man muss halt immer diese beiden verschiedenen Sachen betrachten und deswegen hat halt dieser BTC-Absturz halt auch immer extreme Folgen auf dem Altcoin-zu-BTC-Kurs. Also da nicht wundern. Das kann man dann eher, wenn man das Wissen hat, eher für sich nutzen. Zum Beispiel bei so einem Absturz von Bitcoin noch Ethereum zum Beispiel zu shorten oder halt eine andere Währung, die man sich da gesucht hat. Bitconnect heute zu shorten, wäre auch nicht schlecht gewesen. Oder aber auch dann beim Wendepunkt wieder in die Altcoins zu gehen, weil, und die Frage war auch, und dann nehmen wir jetzt mal hier den nach vorne, die Frage war auch, was ist denn der beste Coin nach so einem starken Absturz, den man kaufen sollte? Und mein Tipp an euch ist, wenn so ein tiefer Absturz kommt und ihr seht den Wendepunkt, LTC ist für mich immer der Gewinner einfach an der Stelle. Wir haben also Litecoin. Litecoin ist von der tiefsten Stelle bis zur aktuellen Stelle 15% gestiegen, weil Litecoin reagiert immer sehr, sehr stark darauf. Der wird extrem nach unten schnellen. Und genau das seht ihr hier. Zack, das sind hier 1-Stunden-Kerzen. Ja, also ich habe gerade selber nachgeguckt, aber das sind 1-Stunden-Kerzen. Und ihr seht einfach diese unglaubliche Abwärtsbewegung hier. In 2 Stunden, zack, haben wir die 15% sind es nicht ganz. Dann nach unten hin 13% und nach oben hin dann wieder 15%. Angenommen, man nimmt die Bewegung mit. Voll genial. Ich habe mich zum Beispiel nur auf Bitcoin konzentriert, weil das einfach herauszusagen war, aber wenn ihr so einen richtigen Wendepunkt seht, Litecoin meine absolute Empfehlung, weil er einfach sofort wieder nach oben schnellt. Würde ich dann aber auch nur für die schnelle nach oben Bewegung nehmen, wieder raus aus der Position und dann kann man das in andere Coins investieren, weil Litecoin dann meist wieder auf diesen Seitwärts-Channel übergeht. Das ist also ein ganz interessanter Coin, wenn man den Wendepunkt sieht. Und einen, den wir uns gestern angeguckt haben und ich euch gesagt habe, schaut euch diese schöne Trendlinie an von Stratis. Wer noch kaufen möchte, sollte die Trendlinie als Ziel nehmen, wenn der Kurs dahin kommt, einen Tag später, und das habe ich nicht so schnell erwartet, auf keinen Fall, aber einen Tag später, wir nehmen es mal hier oben von der Spitze, bis zur Linie knapp minus 30%. Hier könnte man wieder schön einsteigen und hat dann innerhalb von kurzer Zeit auch 15% gemacht, ähnlich wie das bei Litecoin der Fall war heute. Hier sind natürlich 12 Stunden Kerzen, wir gucken mal in die 1 Stunden. Gut. Da sieht das natürlich dann ein bisschen extremer aus. Seht ihr hier, wie es dann deutlich nach unten ging und wir auf dieser Trendlinie genau aufgetroffen haben. Hier sogar ein paar Millimeter und von da aus dann wieder nach oben geschossen. War also ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt, den ihr dann hier wählen konntet, um jetzt auch Stratis für die nächste Zeit mitzunehmen. Was ich natürlich dann ein bisschen skeptischer habe, wir hatten das bei Ethereum, wo noch die Möglichkeit ist, passt ganz gut zu einem weiteren BTC-Abwärtstrend, dass es hier noch auf die Trendlinie gehen kann. Bei Stratis wäre das ja jetzt zum Beispiel nicht mehr so der Fall. Hier müsste man dann achten, ob es vielleicht sogar unter die Trendlinie geht, was ich nicht für wahrscheinlich halte, weil Stratis wirklich so viel vorhat dieses Jahr, sage ich mal. Aber trotzdem ist es halt eine Preissituation, die ich beachten würde. Also entweder beim nächsten Dip geht Stratis nicht so weit runter oder der nächste Dip von Bitcoin kommt einfach nicht. Auf jeden Fall hier erstmal eine sehr gute Position gehabt an der Trendlinie, um einzusteigen. Nichtsdestotrotz sollte man, falls Bitcoin nochmal runter geht, das hier ganz gut beobachten. Ob es nicht vielleicht dann, wenn man dann hier oben durch die Trendlinie nach unten geht, ist man ja immer noch im Plus und könnte dann sich einen Stop setzen, falls das hier noch einfach weiter runter geht. Stratis an sich kann ich aber aktuell einfach nur empfehlen für die nächsten Monate. Bin super gespannt, was da kommt und die werden selbst mich überraschen, auch wenn die technische Analyse selbst schon gesagt hat, dass es über 100 Dollar gehen wird dieses Jahr. Das sollen die Coins gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr kriegt nicht zu viel Panik. Ich sage es jeden Tag, aber ihr müsst euch nicht so viele Sorgen machen. Ich meine, ich habe es Ende Dezember gesagt, dass ich 8000 Dollar erwarte. Wenn es jetzt so kommt, wie ich vorausgesagt habe, könnt ihr ja nicht auf einmal in Panik verfallen. Das wäre ja Quatsch. Erstmal sind wir noch im fünfstelligen Bereich. Das heißt, ihr braucht euch absolut gar keine Sorgen zu machen. Dann, wir sind noch lange nicht bei 8000. Wenn wir unter 8000 gehen, ist immer noch ein großer Support-Bereich bei 5000. Macht euch nicht so viele Gedanken. Sehr, sehr viele Leute haben heute, ja, sozusagen ist das Portfolio runtergegangen. Aber wenn ihr das natürlich nicht tiefer verkauft, als ihr eingekauft habt, verliert ihr ja auch nichts. Und wenn ihr es clever spielt, ich habe zum Beispiel durch das Shorten von Bitcoin heute zusätzlich Bitcoin gemacht, was für mich ein absoluter Gewinn ist. Ich kenne den Dollar-Kurs meines Portfolios nicht, sondern nur den BTC-Kurs. Und da sah es heute sehr, sehr gut aus für mich. Und ich bin auch der Meinung, dass das sein sollte, wo ihr drauf hier gucken sollt. Und glaubt mir, innerhalb von wenigen, ich sage mal, Wochen, um es vorsichtiger zu formulieren, sieht es alles viel, viel besser aus. Und da werdet ihr dann da sitzen und sagen, fuck, warum habe ich nicht tiefer eingekauft? Mann, das war so eine gute Position. Damit soll es das gewesen sein für heute. Heute ist Mittwoch. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Die Folge mit den Kryptonews werde ich noch später danach online packen. Die habe ich schon abgedreht. Die könnt ihr euch dann auch gerne angucken. Ja, und dann sage ich nur, macht's gut. Bis morgen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.